Ich wünsche es, dass er reinkommt, aber ich bin gespannt, bevor ich es da reingeschnecke in den Zimmer und ich selber nicht mehr rein. Komm mal rein! Oh, Schatz, komm, ich brauchst du dich, das ist dann dumm, ich mach zu Fall. Du darfst mir nicht machen, ich muss fallen um. Ich drehe deinen Halt um, machen sie mich. Ja, wenn du dich umso. Ja, hol den mal rein, dann kann ich... Ich darf ihn dachten. Juhu! Na? Das ist ja riesig. Nee, das ist ein kleiner. Klein? Ja, der Papa ist groß. Also der ist wirklich, wenn er will, sonst ist noch einer. Und dann bist du halt die braunen Wiesen auf. Dann ist schon ein bisschen dritt, dass so jemand da ist. Der hat dann das Leben gehört, gell? Ja, das ist ein Unverliebungen. Jetzt schau mal Bubu, der ist bei mir. Der traut sich das. Ja? Ja? Du musst dich schwere halten da unten. Und hier? Er ist groß. Er ist dann männlich im Nachfolger. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt geht er los hier. Ja, ja. Ja, ja. Maestro. Ja, ist noch gut. Ja, das ist ja so nett, dass wir hier zusammen die zwei da. Ja, ja. Gib mal was ab, du Gierlappen. Mhm. Ja. Ja, ja. Ich bin mal über die Hauptstraße vor dem Junge, glaubst du es nicht? Über den Kaufhauskreis, über die Kreissparkasse, da bin ich in der Früh gestanden, um 8 Uhr mit meinem Karpi vor der Zürre, ist der über das Dach geflogen mit ihr. Das war echt der Wahnsinn am 13. Januar, aber ich weiß noch ganz genau. Also die Schwäme, die haben schon irgendwie impflich. Kannst du den streichteln? Nee, ne? Dann haut der dich. Also das ist ein Junges. Das ist jetzt das Weibald von dem... Die Freundin ist ein Schittmaus, das ist einiges die Freche. Herr Weibald... Haben die Klammern eigentlich, dass man jetzt so eine... Tut das weh? Was denn? Haben die Klammern, also so wie der Haken oder sowas. Ja, ich kann denen den alten, den stierigen ins Maul reinlangen, alles blusendische Frech. Die waren nämlich jetzt dann halt im Winter...